Happy Birthday, Raja Khan. Happy Birthday, Rafa Tsi. Happy Birthday, Satyenta Kumar. Happy Birthday, Mitz Horlai It. Happy Birthday, Amir Bhatti. Happy Birthday, Idi Amis. Happy Birthday, Mukesh Nayak. Ich spiele heute mal wieder Free Fire. B-Ranking. Ich hoffe, ich kriege endlich den dritten Stern. Gut, viel Spaß. Okay, dann kann es mal wieder losgehen. Battle Royale. Battle in Style. Wir springen nach. Rechts. Oder links. Links. Links ist der. Ich finde, der Computer ist ein bisschen stärker geworden. Also er hält mehr aus. Und wenn er schießt, macht er mir Schaden. Das ist sehr gefährlich. Ach, ich wollte eigentlich falsch noch drauf gedrückt. Und das ist sehr gefährlich. Dass der Computer halt stärker ist. Das habe ich gestern gemerkt. Nachdem ich... Äh, hier verstehe ich jetzt meine Aufnahme. Habe ich doch eine Aufnahme gemacht für... Äh, für Tick-Tock. Weil ich mache ja auch für Tick-Tock. Huh. Immer eine Runde. Und da habe ich drei Mal miteinander verloren. Okay, ich kann mir einen Schlüssel holen. Ich habe jetzt einen Schlüssel holen. Und da... Ich bin klar. Okay. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich kann hier... Ich kann hier irgendwie... Ich kann hier... Ich kann hier... mal nach. Du bist der Kadern. Ich kann hier... Ich kann hier... nicht. Ich kann hier... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da ist der Shop. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Simson. Godzilla. Vierste. Großer. Okay. Okay. How about this? Okay. 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 Auf mich geschossen? Das ist der. Was hast du ja? Was hast du ja? Fuck you Was ist das? Killing Spree 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 Das war's für heute. Schaut mal sehr gut für mich aus, denke ich. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Killing Spree! Killing Spree! Und was waren wir? Und dann bleibt die nächste Runde. Wir kommen wieder. Schafft Schütze. Berscha. Okay, dann bis gleich. Zweite Runde, let's go! Battle Royale. Battle in Style. Und spring rein. Ah genau, springen wir in der Mitte wieder hin. Ab hier geradeaus. Hier bei Zipway. Da war ich ja damals auch gerne. Damals! Oh, so war ich schon wieder falsch. Ich war schon knapp gedrückt. Ach Mensch. Ich wollte auch runter springen. Und die Fallschirm ziehen. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ta, ta, ta. Ta-daa. Hm, dann ist das hier. Okay. Ein Scharfschützengewehr brauche ich. Woh! Woh! Das war's für heute. ich hab mich wegzimmer lieber das bewerben so so Triple kill! Ach, da war ich gerade erschrocken. Das war das Haustier gewesen. Das war mal auf Assault. Schauen wir mal auf Assault. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schaffe ihn nicht mehr dahin. Ich schaffe ihn nicht mehr dahin. Ich schaffe ihn nicht mehr. Bitte, den ersteren. Ich bin auch drinnen. Los! 55 Sekunden, das schaffe ich. Oh, ich kann ihn auch. Oh! 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 War gewechselt? Die hab ich noch nie gehabt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, guck mal, da ist ein Schlüssel. Guck mal, jetzt habe ich einen Schlüssel und jetzt... Oh! Oh! Sie da? Wadra-Kill Das war's für heute. 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 Come out. What? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.